Moin Moin, willkommen zu einem neuen Video. Die Rendite wird mit Aktien eingefahren, die Sicherheit und Liquidität erhält man durch den gehaltenen Cash. Und um das Vermögen, das eigene Vermögen bewahren zu können, eignen sich Immobilien und Rohstoffe hervorragend. In diesem Video möchte ich gerne auf das Thema Edelmetalle eingehen. Also Silber und Gold als ETF, ETC in physischer Form und über Minen. Wenn man in Gold und Silber investieren möchte, dies aber nicht über Baren oder Münzen tätigen will, warum auch immer, kann man das Ganze mit den sogenannten ETCs auch tun. Das sind börsengehandelte Rohstoffe. Der Unterschied zum ETF ist, dass der ETC ein Zertifikat ist und kein Sondervermögen. Edelmetalle ETFs sind in der Europäischen Union nicht zugelassen. Der Grund dafür ist, dass die Fonds nicht mehr als 20% in eine andere Klasse investieren dürfen. Deswegen sind in Deutschland oder in der Europäischen Union eigentlich das Ganze nur über ETCs möglich, wenn man halt in Gold, reinen Gold oder gar reinen Silber investieren möchte. Dennoch habe ich zwei ETFs gefunden, reine ETFs, ja, die sind physisch besichert. Also da wird Gold gekauft, es wird gelagert und es wird versichert. Das Ganze kommt noch dazu, dass man dort auch, wenn man diesen ETF erwirbt, es auch sein Gold oder Silber halt einfordern kann von der Bank und dann schickt die Bank einem das Ganze zu. Ja, da sind zwei ETFs aus der Schweiz, ja, da ist es halt möglich. Auch vier aus Deutschland können bei einigen Banken in diesen ETF investieren. Deswegen habe ich die halt herausgesucht. Das ist einmal der CKB Silber ETF und einmal der CKB Gold ETF. Die Kosten dafür sind 0,6 bzw. 0,4%. Das ist recht wenig, wenn man betrachtet, dass das Gold wirklich gekauft oder Silber gekauft wird und gelagert und wie gesagt auch versichert wird, sind die Kosten doch sehr niedrig. Ja, der Nachteil von bei diesem ETF zum physischen Gold oder zu den ETCs ist ganz einfach. Erstens kann man diesen ETF nicht bei jeder Bank erwerben und auch nicht über den Sparplan. Der zweite Grund ist, wenn man diesen ETF über ein Jahr hält, hat man trotzdem, kann man die Gewinne, die man dann halt durch die Verkäufe erzeugt, nicht steuerfrei behalten. Das ist das Ganze bei ETCs, das ist ja möglich. Wenn man die ETCs über ein Jahr hält, kann man die Gewinne aus den Verkäufen steuerfrei einbehalten. Das ist der Vorteil bei ETCs. Der große Nachteil bei ETCs ist ja, dass es ein Zertifikat ist und wenn der Emittent halt pleite, also Insolvenz geht, dann ist das Zertifikat natürlich auch futsch. Ja, das ist das große Risiko bei den ETCs. Ich habe jetzt zwei ETCs herausgesucht, die zwar physisch besichert sind, aber dennoch das Risiko der Insolvenz von den Emittenten vorhanden ist. Das ist einmal Sektra Gold, das ist einer der größten hier in Deutschland. Man sieht auch, das Vermögen ist mit 7,1 Milliarden sehr, sehr groß. Da wird also sehr viel investiert in diesen ETC. Ja, die Kosten sind auch geringer als bei dem ETF mit 0,36. Dann habe ich einmal den Ist-Trackers Physical Silver auch noch rausgesucht. Das ist auch physisch besichert. Ist mit einer Kostenquote von 0,4. Ist also auch nicht sehr hoch, auch niedriger als der Silver-ETF aus der Schweiz. So, das waren jetzt die beiden, oder jeweils zwei ETFs und zwei ETCs. Die Vor- und Nachteile dazu. Jetzt schauen wir uns einmal das, ja, vielleicht einmal die physische Gold, die man die halt erwirbt. Ja, physisches Gold lässt sich auch ganz einfach online erwerben. Man kann Gold oder Silber in Münzen oder Bahnen kaufen. Wenn man jetzt Gold in Münzen und Bahnen kauft und das Gold halt 900, also die Reinheit 900 bis 1000 hat, dann ist das steuerfrei, weil es als Anlage gilt. Also keine 19% zahlen, das ist also dann ein netter Bruttopreis. Das kann man, wie gesagt, ganz einfach bei den stationären Jubilieren kaufen oder halt online einfach ganz bequem. Ja, wenn man Silber dagegen kaufen möchte, Silber Münzen oder Silber Bahnen, ist das ein bisschen anders. Wenn man Silber Bahnen kaufen will, dann zahlt man die 19% Mehrwertsteuer. Das ist der Nachteil zum Gold und Silber. Wenn man aber Silber ETFs, Silber Münzen kaufen möchte, dann hat das einen Vorteil, dass man da nur mit 7% Differenzbesteuerung halt, ja, steuern hat. Also würde ich die Münzen vor den Bahnen bevorziehen. Also bei Silber auf jeden Fall, da schaut man sich halt wirklich zwischen 19 und 7%. Das ist auch schon einige Münzen mehr. Ja, dann, wenn man die Münzen oder das Gold, Gold und Silber halt über ein Jahr hält, dann muss man, wie bei den ETCs, auf den Gewinn keine Steuern zahlen. Das ist dann halt steuerfrei. So, ähm, ja, was macht man mit dem Gold und Silber, wenn man es halt gekauft hat? Wohin damit? Man kann es natürlich im Garten verbuddeln, ist jetzt nicht so empfehlenswert. Man kann es bei der Bank in Schließfach legen, dann hat man Kosten im Jahr, so, kommt auf die Bank in der Schließfach an, so um die 80 Euro im Jahr an Mietkosten. Man kann auch ein Tresor sich zulegen fürs Zuhause. Ähm, da sollte man aber darauf achten, dass es kein Baumarkttresor ist, sondern doch schon ein Hochwertiger, also mit der Klasse vielleicht 2 oder 3. Da kann man es bei der Versicherung auch angeben. Und ich glaube, bei der V2S Klasse 2, dann, Versicherung hat, glaube ich, haftet bis 100.000 Euro ungefähr bei diesem Tresor. Die kosten dann zwischen 400 und 1.000 Euro so ein Tresor. Ja, ähm, das wären halt die Möglichkeiten, wenn man physisches Gold, also ich persönlich, äh, mag ja den ETF doch etwas lieber, aber das muss natürlich jeder für sich entscheiden. So, dann gibt es noch eine andere Möglichkeit über, äh, Silber- und Goldminen, also, äh, die Entwicklung von Gold und Silber, wenn man das Ganze halt mitmachen möchte, kann man das Ganze auch über die Minen machen, also direkt an die, an die, an das, an die Wurzel ran. Und, ähm, ja, da habe ich auch mal 2, 3 herausgesucht. Ist nicht so ganz einfach, äh, ETFs da herauszusuchen. Da habe ich einmal den, äh, ComStage herausgesucht. Dann den, äh, GlobalXSilber, ähm, der ist, äh, sehr, sehr selten. Also, überhaupt, äh, Silberminen sind ja, äh, oder ETFs dazu noch sind sehr, sehr, sehr selten. Da habe ich einen rausgesucht und dann haben wir noch den, äh, von Egg. Da ist auch Gold und Silber, heißt zwar Vectors Gold, äh, aber der fördert auch zum Teil Silber. Ja, ähm, die sind alle physisch belegt. Ähm, bei den GlobalX ist das mehr, habe ich da nichts dazu gefunden, weil da ist wirklich kaum Informationen vorhanden. Man kann auch statt ETFs auch direkte, ähm, Minenaktien halt, äh, erwerben. Äh, das wäre auch eine Möglichkeit. Ja, ähm, das waren jetzt die 2, 3, 4 Möglichkeiten, wie man halt in Silber und Gold investieren kann. Also über ETF habe ich ja gesagt. Das ist also mein Favorit. Dann ETCs als Zertifikat. Da ist das Risiko mit dem, ähm, Insolvent des Emittenten vorhanden. Da würde ich es überlegen. In physischer Form, da müsste man nachdenken, soll man erst ein Tresor legen oder bei der Bank ein Schließfach. Wie sicher ist es, äh, ist, äh, das Schließfach bei der Bank. Und, äh, als vierte Möglichkeiten waren ja die Silber- und Goldminen. Also direkt an die Wurzel gehen und dort investieren und an der Entwicklung von Gold und Silber teilhaben. Ja, ähm, dann war's das für dieses Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen und hören. Bis dahin, tschüss.